Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es einfach mal diese Roblox und heute war ich mein Und Leute, wie ihr sehen könnt, wir machen heute einen Roblox, einen riesigen Turm und das werde ich hier mit bezwingen. Ich gehe zum ersten Mal als No-Fault. Heute möchte ich auch noch einen guten Danke sagen. Danke nochmal an Team Robbe. Ich habe bei ihm heute hier einfach eine fucking Google Playkarte gewonnen, im Wert von 15 Euro. Ich habe das mitgemacht und dann gehe ich einfach bei ihm für eine Google Playkarte. Ich gewinne sie hier einfach. Ich höre zu, weil ich habe ja schon mal Champs & Broke das ausgeladen. Also danke nochmal an Team Robbe, dass ihr mitmachen dürft natürlich. Und ja, und da bin ich so, dass ich glaube ich glaube ich bin. Und was ich noch was, ihr könnt doch mal gerne ein Abo da lassen. Ich bin sehr froh. Also Leute, wie man sich so gefühlt wie ganz ist das jetzt hier richtig我们erum. Also mal gesehen haben, aber irgendwie ich mag es eigentlich immer nicht rum und glauben, wie die 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 wie jetzt denn? hey, guck mal ich Shotgun sind ..." Okay. Los werden sie typisch Borne hier worken. Okaynational wie ihr sehen könnt, Leute. Das ist das beste Video. Wenn ja, lasst gerne eine positive Gewerbung da. Mann! Oh, das ist so abgelastet. Wird ihr wirklich schon ein ganz langes Video? Aber Leute, ich möchte auch noch mal gern was ansprechen, müsst ihr? Es ist schon 3 Wochen her, aber ich hatte 73 Arbeitslose. Und dann noch um die Gewerbung. Und dann noch um die Gewerbung. Und dann wird das nicht so geil. Ich hab's ein bisschen gebraucht. Ich hab's einfach mal aufgelistet. Machen wir alle nicht gut, ne? Und ich hab's einfach aufgelistet. Ich hab's einfach nicht, weil ich hab's gerade 73 Leute. Und das sind dann schon bischen schade, ne? Und wir haben schon an dem Kapitab, weil die viel höher geworden sind. Und ich hab's auch nicht. Ja. Leute, deswegen bitte wenn ihr neues seid. Ich hab's auch nicht mehr heben. Hier einfach auch für alle Filme ganz lieben. Hier gibt es ja keinen Stockpaus. Hier, aber sie redet mir. Ich glaube, die Filme berührt, hat sogar die Filme gedreht. Wo ist das? Okay. Hier. Hier. Also wir sind gerade schon. Wie ihr sehen könnt. Ja, wir sind gerade schon. Oh, hier haben wir uns. Warten wir, dass wir es hier sind. Wow. Also ich mache jetzt mal die Musikleise von Robloch. Und wenn wir ruckelt, ist das richtig, Leute, die wir sehen können. Guck mal, wie ich durchwasche. Du möchtest das jetzt noch riskieren, oder? Ja, ich habe das 1.000 Mal geschafft. Man verliert echt weniger Leben. Das finde ich sogar noch okay, dass man wenig Leben verliert. Mir macht es nix aus, ehrlich gesagt. Mir macht es auch nix aus. Leute, wir sind gerade so heftig gut. Und ich spiele das Gefühl zum ersten Mal. Weil ich bin auf der anderen Seite. Hast du es schon mal ganz oben geschafft? Nö. Kommt dann mal eine schwierige Stelle. Ja. Und wir sind wieder ganz unten. Nein! Leute, aber bevor wir das nochmal machen... Muss dir ein Abo da lassen. Auch. Kann man hier was machen? Lol. Was kann man hier machen? Das ist neu. Ah, ich bin da oben. Gut, wir gehen raus, Leute. Wir sehen uns dann, wenn ich wieder ein bisschen weiter oben bin. Leute, ihr wisst, ich verkack es so durchgehend die ganze Zeit. Guckst du davon, das ist eine schwierige Stelle. Ja. Guck. Ich habe keine Zeit. Das sind vier Blöcke. Oh ja. Oh ja. Leute, also wie gesagt, wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Ja, weil ich wollte das einfach nochmal schön gerne ankünden. Weil wir waren da vorher wirklich viele Abonnenten, fand ich zumindest. Da ist eine Katze. Ja, und dann haben wir halt wirklich wieder welche deabonniert. Und das fand ich halt so drauf. Und ich guck mal, wenn ich die 70 hab, dann deabonniert wieder einen, hab ich 69. Dann abonniert wieder einen, hab ich die 70. Also, ähm, ja, ich möchte nichts gegen euch sagen. Nein, dann guck mal, ich bin Hotdog-Raum. Hotdog-Raum. Ja wirklich, guck mal. Ja. Also wie gesagt, es geht heute hauptsächlich nur wegen dem Abonnieren. Ihr müsst ja nicht abonnieren. Ich bin auch nicht, ich geiere ja nicht. Aber einfach nur kurz ankündigen, weil ich fand es halt sehr schade. Ich auch. Weil wir waren wirklich viele. Und dann einfach wieder deabonnieren. Ja natürlich, wenn euch die Videos nicht so gefallen sind. Jetzt müsst ihr mal reinschreiben. Wenn euch die Videos nicht gefallen. Weil ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ja. Weil niemand rein. Weil ich weiß, wie gesagt, wenn ich die Idee ausmach, dann weiß ich gefühlt immer, ich weiß ja nicht, was ich hochladen soll leider. Ob wir, deswegen mach ich Broad, das manchmal mehrere. Und dann mal wieder. Dann kommt wieder öfters Roblox. Oder Fortnite. Ja, dann kommt wieder öfters Fortnite. Wisst ihr, das ist halt. Oder eben was. Was ihr wollt. Ja. Und das, was ihr wollt, mach ich auch. Aber nicht, dass ich sinnlos D-Abos mach, weil ich nicht weiß, was ich hochladen soll. Leute, es tut mir einfach leid. Wo bist du? Ähm, hier. Ich weiß. Was? Warte. Ich bin heute bei dem Laser. Warte. Warte. Nein, ich bin heute so dumm runtergefallen. Gerade so dumm. Yep. Hast du so dumm. Hast du es auf eurem Fahne? Wo? Nein. Ach, okay. Ja. Würde ich dir auch empfehlen. Ja. Würde ich dir auch empfehlen. Also lasst ein Abo und ein Like da. Wie gesagt. Ich wollte einfach nur noch mal drauf ansprechen. Mega den abonnieren. Weil ich ja wirklich das mit den Abonnenten fand ich echt schade. Und dann Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und dann sage ich wieder. Und das ist so. Du wirst ein Abo und ein Like, da würde mich mega freuen. Und dann sage ich wieder. Ciao. 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 Outro